Ich hab's versprochen, wir steigen direkt hier wieder ein. Oh, wir müssen wieder den ganzen Pänner neun machen. Weil ich hab grad Mist gebaut. Hab nicht. Aus Versehen kaputtnetzen lassen. Haha. Achtung, feindliche Hälfte. Scheiße! Ich bin auch vernetzt! Ja, ist doch schön. Aber ich hab dich getroffen! Du mich nicht! Das find ich jetzt blöd. Das find ich jetzt echt blöd. Haha. Das find ich... Nimm das, du Arschgesicht! Was ist denn mit seinem... Raumgeschmeißer? Hallo? Ich brauch ja ne bessere Taktik für den. Die Blast Shields sind ganz cool. Aber wenn er sich da in die Mitte stellt, dann isst nun mal nicht. Das ist dein Ende! Dein Gesicht ist dein Ende. Raketen im Anfall. Zum Ausschalten halten. Ja, komm. Ich brauch's dir. Achtung, feindliche Hälfte. Ah, nein. Scheiße! Ja, ja, ja. Komm, schieß noch ein paar Mal. Ich bin auch vernetzt! Ich mach jetzt nicht tausendmal meinen Glecht. Nur weil du das tust, mach ich das nicht. Hälfte! Jetzt aber! Ich arme Rakete, die weiß ja gar nicht, was sie machen soll, ey. Nimm das, du Arschgesicht! Ohne Scheiß! Wenn der von der Mitte ausschießt, wie soll man das dann machen? Warum ist der gekocht? Warum ist der gekocht? Juhu! Ich darf abragen. Endlich, mal wieder Gründe. Springen rüber, mach hinne. Den ganzen vorgekränkten Scheiß kann ich nicht halten. Kann ich eigentlich Punkte oder sowas verteilen? So, schieß. Schieß. Entschuldigung, du wurdest gerade getroffen. Schieß. Aha, schieß. Achtung, feindliche Hälfte. Jo. Scheiß, schieß! Ich bin auch vernetzt! Aber ich treffe dich damit, du wurdest nicht. Hälfte! Jetzt aber! Nimm das, du Arschgesicht! Na, wenigstens macht er jetzt ein gewohntes Dingsel. Zumindest haben wir nicht alle. Aber hier, aber hier, aber hier, aber hier! Lüt, gut, 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 gut. So, jetzt taug ich nochmal mit einer richtigen. So, jetzt taug ich nochmal mit einer richtigen. Boah. Boah. Richtig, echt grünes Ort bei mir. Feigling... Feigling! Ok, von Feigling spricht er nicht, wenn er sich konstant versteckt, aber ich habe auch keine Waffel! Du Bastard! Na? Es macht Schaden, aber es macht geringeren Schaden! Bastard! Alter! Du bist ein Stück Scheiße! Alter! Ohne Witz! Ich mag das vielleicht hier! Ich dachte nur ich kann ihn sehen! Äh... ... Unschön Zumindest klappt es so Das ist doch kaputt Hey Arschloch Nein, Moment Ich habe da noch was zu tun Meine Fresse war das ein Arsch Aber jetzt ging es ja Man muss nur einmal so das Prinzip verstehen Endlich mal wieder ein Upgrade Aus dem Kopf eines anderen Lebensregeneration Schadensbonus Schadensbonus Nachladzeit Energiegewinn Schadensbonus Ja, Lebensregeneration wäre auch gut gewesen Stimmt, wieso habe ich den Darkmodus gegeben Ah, okay Das ist es, rein da Ja, stimmt, das hat sich auch noch Egal, viele Wege führen zum Ziel Ich habe den Darkmodus auch noch gekönnt Boah, das stimmt Ich würde so gerne jetzt was zurück machen Darkmodus an, zipp, 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 zipp Alle hacken Ich bin wahrscheinlich schneller gegangen Egal Oh, sei Niemand ist sicher Oh, sei Kann ich auch was anderes machen, außer rausgucken Bin ich verletzt? Ah, ein bisschen verletzt Jetzt sind wir unsichtbar Ja, warum hat sie dir geholfen? Warum hast du ihr geholfen? Denk mal nach Rat mal Vielleicht hat sie dich einfach nur lieben Ja Oder vielleicht ist sie ein Überläufer Und will dich dann auch so machen Hä? Hä? Schon mal drüber nachgedacht? Meine Güte ist der Mann schwer vom Begriff Ups Cayman Globals Jäger haben vermutlich die Lower Bay blockiert Wir müssen durch die Downzone zurück zum Manhattan-Komplex Hierher werden sie uns sicher nicht folgen Verdammt! Das Gebiet ist ohne Strom Der Zugriff auf das Europort-Netz ist seit den Lebensmittelunruhen 2052 geschwert 20 Jahre Hallo Frau Tante Dings hier Ohne Strom geht die Tür nicht auf Hier drüben Sieht wie ein Eingang aus Hilf mir die Leiter zu erreichen Ja sicher Mann sind wir hilfsbereit So eine Meiner sagen Wir sind hier nicht nett Wir sind immer nett Immer! Wir müssen uns weiter oben treffen Ich öffne die Tür nach draußen Kaum hat man mal einen Verbündeten Ist ja wieder weg Moment! Ich komm gleich Ich will noch was gucken Augenscheinlich bin ich das doch Was ist das? Ein Stuhl? Stuhl? Nein Ein Ding Ja ja Ich mach das hier Wie immer Immer muss ich das machen Hey Was? Scheiße Viel zu heiß hier Haha So macht man das Jetzt Wo was denn hier? Pizza Und Sachen Zieb und Easter Egg Sehe ich eins gerade Und ich erkenne es nicht Ja Wenn ich ein Easter Egg gefunden habe Was ich hier wirklich gefunden habe Dann Schreibt es mir in die Kommentare Vielleicht war ich auch gerade einfach nur nicht Zu konzentriert genug Weil ich schon wieder keine Waffe habe Dabei sind wir gerade in einem Jäger abgehauen Wo ich eigentlich gehofft habe, dass da einer dritte ist Auch Immer ziehen Immer ziehen Nie drücken Okay Das Das war Das war zu leicht Meinst du wir kriegen auch Irgendwelche Freunde hier Okay Nichts zum sammeln Schade Bisschen kaputte Treppe Hier ist Licht Hier ist bestimmt was zum sammeln Hier können Strom einschalten Ich will mich erstmal einen Moment umgucken Wir müssen ja mal was mitnehmen Hier ist überall nichts Nichts und davon eine Menge So stark der Kerne Heftig Was so ein kleines Chipdings im Kopf alles macht Okay Wir dürfen nicht chippen Wir dürfen nichts machen Toll Wir können hier nicht hoch Dann suchen wir mal eine Leiter Wir suchen jetzt den Weg nach oben Irgendwas machen wir jetzt Wir müssen die Action machen Mir ist langweilig Da müssen wir hin Das heißt da müssen wir drüber Kommen wir also doch vielleicht hier hoch Was habe ich übersehen Ich mag das nicht Dann haben andere was gesehen Und ich hab's nicht gesehen Okay 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 Wie die Schränke Übersehen Ich geb zu So bang Äh bang Und das ohne gehackt zu werden Und ohne Chipdings Wie lief das anders als ich dachte Dass es läuft Gut Steht da oben einer? Nee oder? Bin mir nicht ganz sicher Ob das jetzt schon alles war Okay Was schon alles? Ähm 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 Aufgehen Ah Hey Geh da hoch Äh Um was wetten wir dass ich gerade einen Weg gehe der wahrscheinlich gar nicht dafür vorgesehen ist Ups Okay ich wollte eigentlich noch versuchen wie weit man da hinten rüber kommt Aber ich hätte wahrscheinlich auch einfach hier drüber gehen können Na gut dann halt den Weg Das sind ganz harte Hacker hier Wollte es kaputt machen? Das nervt Ach jetzt geht hier nicht mal mehr was auf Man Nicht mal den Luxus haben wir das hier sich Türen öffnen für uns Nein wir müssen hüpfen Finde ich gut Ich weiß was ich heute tun werde Ich weiß nicht was ich heute tun werde Was macht ihr heute? Gib mir in den Kommentarschal Was? Eventuell stören Radikale die Frequenz Vorsicht ist geboten Hey Alles gut Wann haben die TBW Leute zum letzten Mal was für dich getan? Berechne neue Route Mach mal Ist hier was zum Sammeln in der Zeit wo du rumrechnest? Nö Ihr habt das Gefühl so wie die reden ist das kein gutes Zeichen Das klingt schwer nach Revolution Und wo Revolutionen sind gibt es meistens unnötig kaputte Ich wollte ihn erlösen zu meiner Verteidigung Denn augenscheinlich war er sehr verwirrt und hat bestimmt kein schönes Leben gehabt Und ich dachte mir so Machen wir ihn mal kaputt Damit er die Chance hat jetzt ein schöneres Leben zu führen Und dann habe ich aus Versehen geklickt Guck mal Cyber Babes Ja ja unwichtig Ja 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 Das wird unsere Zukunft VR is coming Town Bitches Hey Gib mir Geld Okay lass es bleiben Oh ist das denn alles? Hey Orange Juice Ich dachte mir irgendwie gerade dieses Ding da oben ist bestimmt nicht nett aber Ja Yeah Okay Wow es gibt noch Feuerwehr und Polizeisirien Ich wundere dass diese Leute das ja alles mitmachen sollen Hey Zuge gibt es auch noch hier Man muss sich ja hier mal ein bisschen umgucken erst ne Einfach mal gucken wie die Stadt so gemacht ist Und das ist ja auch Arbeit gewesen alles ein bisschen Jetzt will ich das natürlich wissen Ich finde ich war hier ewig nicht mehr Quasi eigentlich noch nie Doch einmal Einmal habe ich das Spiel schon mal gespielt Ganz früher und ich freue mich unglaublich auf das Ende Aber jetzt gucke ich mich gerade tatsächlich mal ein bisschen um Ob ich noch was sammeln kann Ja Nice Komm ich hier rein Tatsache Hallo Na Ein Kriegsflüchtling kam zum Meister Er sagte Er sei weise und gelassen Hallo Ich will das Ding haben Das sind die Kirchen der Zukunft Okay Kann ich mit leben Meine Fresse Diesen Steppen hier geht es echt beschissen Kann das sein Ist nur so ne Vermutung Habe ich jetzt mal geraten Muss ja auch nicht so sein Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Okay Eurocore Ein Eurocore Siegel Was passiert jetzt eigentlich Ah ja Ja Wir sind auf Radikalen Das bin ich nicht Echt in Ordnung Das war ein bisschen Gibt es so ein Multihack Das wäre geil Haben die Radikalen sich wirklich in der Basis von Eurocore eingelassen Äh niedergelassen Nice Oh man Oh man Oh man Das Spiel ist geil Es ist spannend Ich will wissen wie es weiter geht Denn ich weiß es nicht mehr Wollt ihr das auch wissen Finde ich gut Abonniert mich doch mal Erfahrt es auch Wir sehen uns beim nächsten Mal Und dann gehen wir weiter bei Syndicate Ich kann es nicht erwarten Ich denke ich mache es heute durch Weil Ist so Alles klar Wir sehen uns Euer Wolf